ARD Text im Auftrag von Funk Werkbank Große Matratze So, erstellen Jetzt muss ich da auch noch treffen Ah, ich hab's geschafft Musst du ein Minispiel noch machen Ja, und wo ist die jetzt? Hier hin, hier hätte ich sie gerne Da würde ich laufen Ich weiß nicht, wie man das machen kann jetzt Ein Baumenü, oder? Hier Tab bauen, beginnen Ja, warte mal Das geht hier nicht E-Liste der Objekte anzeigen Hier kann ich bauen Hier, hier E-Liste der Objekte Hier unten kannst du nichts bei der Werkbank Wo soll ich's hinmachen? Da bei der Werkbank Hier, wo geschützt Eier neben dem Wärmedinkel Kann ich's drehen? Kann ich's nicht drehen? So, jetzt ist's Yes Wie, ey Ich mach' ja mal Teuer Ich mach' das rein Ja, ich, warte Ich hab' was Nein, nee, nicht Holz Holz Komma zum Bauen Ich bin schwer verletzt Warum bin ich jetzt verletzt? Rubbelos hab' ich da Ich bin jetzt wieder verletzt Oh nein Das ist die Verband nehmen Du hast schon noch so verbändet Glaubst, ne? Ich schlob gerade Ja, okay Es ist zu kalt Es ist zu kalt Ich mach' mal ein Feuer Du musst schlafen Kaputtes Spielzeug Ich verbrenne jetzt meine Hose Können wir verbrennen? Rubbelos verbrenne ich jetzt Ja, jetzt da einem kalt wird, ne? Ja Bretter, komm, ich hau die Bretter rein Die zwei, drei Stück So, jetzt Eine Stunde, 30 50 Minuten 10 Minuten Komm, ich hol 30 Verleck Klar Ähm Also, was mir Wo ich auf jeden Fall Als erstes Mal hin muss Das ist jetzt mal Zum Arbeitsamt Um die Quests abzuschließen Arbeitsamt Rasenfähiger Geh jetzt zum Arbeitsamt Und hol dir deinen Lohn ab Da muss ich auf jeden Fall mal hin Aber jetzt regnet es Jetzt geh ihn nirgendwo raus Die sind Gaskoffer Aber du kannst dir eben auch ein Poncho bauen Ja Wo? Ja, dann bist du, glaube ich, regengeschätzt M I Und dann geh ich auf Poncho Nee, aufs Erste, ganz link Da gibt es Poncho Plastiktüten Ja, 15 15 Stoff brauchst du da Wahnsinn 5 Dinge Oder Plastikkugel 5 Plastikkugel Kannst du Poncho aus Plastiktüten machen Steht bei mir nicht Achso Da, ja Der ist billiger Und 5 Klebestreifen Habe ich vorhin gehabt Das ist natürlich alles weg Scheiße Ich brauche 10 Alteisenreste 10 mal Müll oder sowas Irgendwie so eine Flasche Was brauchst du denn? Verband Ich kann schon mal gucken Persönlicher Abladeplatz Also unter dem Poncho Ist das beim Okay Was alles braucht Du brauchst nur Drei Nützliche Weißt du Ich hab das einmal bis jetzt gefunden Ja, aber das Problem ist Dann wirst du wahrscheinlich Nur du was ablegen können Aber das reicht ja erstmal auch Ne, ne Das ist dann für beide Denke ich mal Ja Ja Kann ich suchen Aber ich weiß Wann wir jetzt rausgehen Beim Ja, wäre jetzt eine E-Ferrekt schon Ja, klar Können wir mal Können wir mal zum Arbeitsamt kommen Ich hab eh nichts mehr Ist alles weg Ich bin ja auch Warte mal Straßenfähiger Zum Arbeitsamt Markier das doch mal Jetzt Da, dann müssen wir Da kannst du auch mal die Mission annehmen Straßenfähiger Das ist mal relativ gut Ich will jetzt Straßefähiger sein Das ist richtig Das ist die nice Ich gucke Okay, ich weiß, was ist Geh dann Komm ich mal hinterher Ich weiß, was ist Boah, weißt du, wo das Arbeitsamt ist Ja, ich kenn mich aus jetzt Da hinten der Polizei Da ist der Bulle Da hinten Da sind die Bullen Jetzt musst du mir nur zeigen, wo das Arbeitsamt ist Direkt neben dran Da, hier Direkt neben dran Da Das ist das Arbeitsamt Das Das ist das Arbeitsamt Ah, ich bin doch nest Das da Ja Ah, guten Tag Wie geht es Ihnen? Kann ich Ihnen stelldank jemand anmelden? Anmelden Okay, Gott sei Dank Gute Frau Wow, 100 Geld Herzlichen Dank So, wo muss ich jetzt hin? Jetzt haben wir Hast du aber mehr Mehr Dinger, ne? Jetzt habe ich drei Best Ich habe jetzt Callcenter und Altmetall Was hast du noch? Müll sammeln Das muss hier hinten irgendwo sein Der Müll Da, wo ich gerade war Parkkeeper geht bei mir Das hast du Hast du Ding? Warte mal Hast du Bauarbeiter? Nee Geh nochmal rein Und spreche nochmal das andere an Dann bist du Bauarbeiter Müll sammeln und Bauarbeiter Nee, habe ich nicht Okay Ich hätte gerne einen Best Einen anderen Ich war nicht Frauen Dann kannst du Pizzalieferanten Ja, ich weiß Habe ich nicht Nee, aber ich habe Ich habe keine Ich habe Was habe ich denn gekriegt? Guck mal Guck dir das an Geh mal auf M Ja Geh mal auf M Und dann kannst du da Oben hast du Aufgaben Gefälligkeiten Und Allgemeines Ja Und auf Allgemeines steht alles Wo was ist Ah Jetzt wäre mal was Wir müssen dahinter laufen Wir laufen Ich auch wo der Wärmeplatz ist Wir gehen jetzt zu den Wärmeplatz Komm ich schnell Wird es kalt Komm schnell Irgendwo ist einer Er hat mich ausgeraubt Jetzt brauchst du nicht mehr gehen Mann Da habe ich eine draufgekriegt Oh je Ja Ich fahre nicht mehr gehen Oh Mann Ist mein Geld schon wieder weg Mann Scheiß Überfall Wo willst du jetzt hin? Ich weiß nicht Irgendwo ist hier ein Wärmeplatz Da Oder Da muss ich noch was reinlegen Allgemeines Kann man das nicht markieren Ich kann es einmachen Leider Ich habe Schuhe Verbrennen können Ich habe rubellosen Niete Ne ich habe ein richtiges Oh ich habe sogar Richtiges Geld Ich kann es nicht anzünden Rubellosen Bist du auf E Ich habe fast gar nichts Ich muss jetzt was holen Was blau Anzünden So jetzt geht es los Zehn Sekunden Voll Wärme Können die noch was brennen? Ja ich habe jetzt gerade was gesucht Zum Brennen Okay Ja komm Stoff Zweimal Stoff Und Seife Oh Minispiel Jawohl Habs Oh eine Rube los Noch eine Rube los Ich gebe dir mal Rubellos Ja Schon wieder der Jetzt hat er mich wieder Jetzt wird er mich wieder ausrauben Wird er mich verarschen Scheiß Ich muss ihm halt Geld geben 44 Oh man Oh man Ich habe was Unterkunftsausstattung Cool Was Oh eine Hose habe ich gekriegt Ja ich brauche eine Hose Brauche ich eine Hose Ja man kann ich eine verbrennen Nein Nein sagt er was doch Ich soll nicht verbrennen Doch Die ist besser als deine 100 Pro Ja ja Klar Die nehme ich Machensteine Halt Ja Jogginghose Das ist geil Also Zieh ich jetzt an Sieht man das denn auch Ja an der Hose anhat Nee Scheiße Doch 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 Ja ich glaube schon Hier kann schon eine Brenne kommen Ja ich glaube schon